Den Video-Streaming-Service von Amazon können Sie im Rahmen einer 30-tägigen Probe-Mitgliedschaft bei Amazon Prime zunächst gratis ausprobieren. Die Prime-Mitgliedschaft beinhaltet neben Filmen und Serien den kostenlosen Express-Versand für von Amazon verschickte Produkte sowie den unbegrenzten Zugriff auf die Kindle-Leihbibliothek. Wenn Sie während der Testphase nicht aktiv kündigen, geht die Probe-Mitgliedschaft in ein kostenpflichtiges Abonnement mit einem Jahr Laufzeit über. Die Kündigung erfolgt mit einem Klick auf Mitgliedschaft beenden in Ihren Kontoeinstellungen. Preislich ist das Streaming-Angebot von Amazon vor allem für Kunden interessant, die auch die weiteren Vorteile einer Prime-Mitgliedschaft nutzen. Möchten Sie keine jährliche Mitgliedschaft bei Amazon Prime, so kann die Flatrate für Filme und Serien auch monatlich abgeschlossen werden. Hierbei ist das Angebot von Amazon auf einem Preisniveau mit der Konkurrenz. Das Video-On-Demand-Angebot von Amazon umfasst ein breites Spektrum an Filmen und Serien, welches stetig erweitert wird. Filmklassiker und Blockbuster finden Sie genauso wie komplette Serienstaffeln. Hier punktet Amazon vor allem durch die Exklusivität seiner Eigenproduktionen wie Transparent, Alpha House oder Betas. Viele der in der Flatrate enthaltenen Inhalte sind zudem mit Originalton verfügbar. Weiterhin bietet Amazon die Möglichkeit, besonders aktuelle Titel im Amazon Instant Video Store zu leihen oder zu kaufen. Als eines der ersten Video-On-Demand-Portale bietet Amazon neben SD- und HD-Material auch Serien in Ultra-HD-Auflösung zum Streaming an. Somit überzeugt Amazon neben den Inhalten auch mit hervorragender Qualität. Um problemfrei mit Amazon streamen zu können, sollten Sie über eine entsprechend schnelle Internet-Anbindung verfügen. SD-Inhalte benötigen mindestens eine 1000er-DSL-Leitung, für Filme und Serien in HD sollte es eine 3500er-Verbindung sein und für Ultra-HD-Inhalte sind mindestens 15000 Kilobit pro Sekunde notwendig. Den Video-on-Demand-Service von Amazon können Sie nicht nur im Browser auf dem Laptop, PC oder Mac nutzen. Durch Apps für die unterschiedlichsten Geräte wie beispielsweise Android-Smartphones, das iPhone, Tablets, Smart-TVs oder auch Spielekonsolen ist das Wunschprogramm fast überall und jederzeit verfügbar. Auch Amazon bietet einen Offline-Modus an. Dieser funktioniert aber nur mit den eigens von Amazon vertriebenen Firephones oder Tablets und Apples iPhone oder iPad. Mit diesen können Sie den Service auch unterwegs und ohne Internetverbindung nutzen. Weitere Informationen und einen detaillierten Testbericht finden Sie unter vitalio.de.